Oh Gott! Oh Gott! Das ist ja krank! Oh mein Gott! Hi! Ich bin's, Gustav mit F und gerade neben mir läuft meine alte Katze. Ich bin gerade bei meinen Eltern und deswegen kann ich da jetzt nicht so das normale Intro machen. Ich kann auch nicht mein F wegschmeißen, weil ich keins habe, aber das ist in Ordnung. Immerhin haben wir eine schöne Gegentier. Auf jeden Fall habe ich mit Maxi im Team gegen Fufu und Posi aufgenommen und wir haben wieder unseren Parcours gemacht. Es hat richtig Spaß, wesentlich aufwendiger, wesentlich cooler als das erste Mal. Wir haben richtig coole Bauten gemacht, wir haben ein tolles Rennen gehabt. Ich kann leider nicht so viele Kameraeinstellungen zeigen wie beim letzten Mal, weil ich halt bei meinen Eltern bin und die Spieldatei davon gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, ich kann sie auch gar nicht mehr aufsuchen, denn die Aufnahme ist ja schon ein bisschen her. Offensichtlich gibt es die Spiele nicht mehr. Wir haben es voraus aufgenommen, damit ich das halt für so einen Zeitpunkt wie jetzt habe. Und das Rennen so oder so ist trotzdem geil, man. Auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Also mein Plan ist natürlich, wie auch beim letzten Mal schon, dass wir jeweils zu viert eine Strecke bauen. Jeder kriegt seinen Anteil, den er von bis machen muss und dann setzt der andere halt quasi da an. Die müssen einfach nur angrenzen. Und dann haben wir ein Rennen, wo wir zu viert durchrennen müssen. Und möglichst kreativ, cool. Seine zukünftige Ehefrau so, ey Fufu. Also die nennt den halt auch so, keine Ahnung warum. Verbraucht nur ein bisschen Holz, aber egal. Ja, ich verbrauch gerade alles. Ich habe gerade für einen Turm quasi die Hälfte Holz verbraucht. Ich brauche ungelogen für jeden dieser Pillar ungefähr 500 Holz. Als ob? So okay? Ja man, ich mache die halt von unten komplett voll mit vier Wänden und einer Steigung. Mhm, 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 okay. Oh shit! Oh shit! Was passiert? Ich habe ein Bounce Pack gelegt und mich selber aus meiner Bounce gehauen. Digga, das was ich mache ist so geil und so gefährlich. Vielleicht mit Jump Head? Sag mal. Es ist, es ist Hammer. Okay, ja der Plan ist auf jeden Fall, dass wir zu zweit laufen. Und die rechte Seite ist ein bisschen im Nachteil, also unsere Dings. Okay. Wir sind, wir laufen zu zweit und der Gewinner, das Gewinnerteam ist das Team, was natürlich zuletzt komplett drin ist. So, äh, zuerst komplett drin ist, nicht zuletzt. Es geht quasi nicht um den ersten, sondern eher um den letzten von den beiden. Ah Jungs! Bei mir gibt es ein Teil, wo man bearbeiten muss, ich will es so kurz sagen. Und ein Teil, wo man nach oben springen muss mit der Impulsgranate, aber... Die Impulsgranate liegt da bereit. Wir haben gar... also bei uns musst ihr nichts bearbeiten, ihr dürft auch nichts bearbeiten. Ne genau, bei mir dürft ihr auch nichts bearbeiten. Bei mir schon, aber das werdet ihr schon sehen, wo ihr es machen müsst. Macht dein Tattoo hin! Graffiti! Für euer Team. Was steht für euer Team? Die Schlange. Ähm, warte, warte. Da ist keine Schlange. Warte, warte. Die Zeit, Leute, denkt an die Zeit. Denkt an die Zeit. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Gustav, du hörst vor, okay? Bei zwei Minuten geht's los, okay? Okay. Ich geh vor. Oder gib mir nicht mal die Impulsgranate, die eine. Du läufst jetzt vor mir. Ihr dürft die nicht bei uns benutzen. Eins. Null. Ne, wir laufen gegen die Strecke, nicht gegeneinander, sozusagen. Let's go, let's go, let's go. Ich bin so fett, Gustav. Bist du nirgends noch durchgekommen? Ey, was, warum ist der schneller als ich? Ich bin Dino. Ich bin so Angst. Ah, nein. Oh, wie lang? Ein bisschen. Ach, du Kacke. Da hat er angefangen, hier richtig auszurasten. Wichtiger ist, glaube ich, nicht runterfallen, oder? An der gleichen Stelle ungefähr weitermachen. Aber du hast dann natürlich den Nachteil von ganz schön lange warten. Ah, hier bearbeiten, oder was? Ja. Hä? Nein, 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 hier links. Nach links muss man gehen. Ah, okay. Also bei uns. Wir müssen rechts. Warum hast du das gemacht? Ich werde den bearbeiten. Ah, ich weiß nicht viel lange. Aber ging nicht. Bis hier. Ah. Ah. Du musst sie dir runter. Gib mir ein. Ich muss die eine geben, ne? Ja. Hier. Geh du mal weg erstmal. Wo hoch? Da hoch. Okay. Hast du geschafft? Nein. Du hast noch einen Versuch. Du schaffst es. Hä? Ich komm nicht so hoch. Pass auf, komm zu mir hin, komm zu mir hin. Wir schaffen das. Und spring. Oh mein Gott. Oh, jetzt hab ich geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Wie viel weiter sind die? Oh. Ein bisschen weiter. Oh mein Gott. Let's go. Jetzt wird's spannend, ne? Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, ihr müsst durch das Ding durch. Nein. Ich hab's auch nicht geschafft. Ich hab's geschafft, Gustav. No. Ja, wieder hoch. Ja, wieder hoch bauen. Und am Anfang der Reihe. Okay. Oh mein Gott. Warte, wo muss ich hier hin? Oh, ach so. Warte. Ich spring zuerst aufs Jump Head. Ja, das ist okay. Oh. Oh. Oh Gott. Unsere Zeit tickt ein bisschen, ne? Oh Gott. Ne, alles super. Wir haben ja noch 5 Minuten danach. Was soll das? Gustav, wieso so schwer? Oh mein Gott. Oh nein, ich bin auf dir gelandet. Nein. Schafft man das? Ja, man muss direkt einen Gleiter öffnen. Ja, ja. So, und hier wird's jetzt richtig schwer. Oh Gott. Ich schaff's nicht drauf. Ja, man muss ja mal zweimal hüpfen irgendwo rum. Also nicht immer, aber manchmal. Oh Gott. Nein. Du bist vor mir. Nein, nein, nein. Wer stößt mich hier runter? Oh, oh. Du Frechdachs. Nein. Ah. Okay, jetzt kommen wir zu deren Teil der Strecke. Ich bin nicht so gut. Oh Gott. Das war so. Nein, ich bin daneben gelandet. Oh mein Gott. Ich muss erstmal hoch bauen. Okay. Nein. Wie konnte das passieren? Nein. Scheiß, die war schon. Nein, ich bin ganz hinten. Kann man bei euch wenigstens sterben? Nö, nicht wirklich. Oh nein. Was ist das denn? Oh Gott. Und ich bin jetzt ganz hinten. Ey, ich glaube, ihr seid so viel weiter vorne, oder? Nö, ich bin zu fett. Ein Stück. Bye, bye. Junge, so viele Bouncepads. Wir haben auch viele Bouncepads benutzt. Ach, hier ist deren Strecke jetzt, ne? Ja. So. Welche Seite? Ist egal? Ist egal. Wie, das ist schon lange deren Strecke. So weit bin ich noch nicht. Ich bin stecken geblieben. Ach so. Wie, warte mal. Du bist, du bist du hinter mir? Ja. Nein. Ich dachte, ich bin schon der Letzte. Nein, ich bin runtergefallen. Jawohl. Warte, Posi, du bist vor mir? Okay, perfekt. Es geht nur darum, wer Letzter wird. Deswegen, alles super erstmal. Oh Gott, ich bin auch runtergefallen. Ich bin auch runtergefallen. Okay, nice, Posi. Äh, wo ist, wo muss man denn hin? Ich verstehe das von hier aus nicht. Auf Burgertown da drauf. Ah Gott. Hä? Ihr habt das aber voll komisch hier gemacht. Ich kenn das so nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was? Wie macht man das? Einfach gegen den Rennen. Fuck auf, Alter. Ich sperre dir das zu. Hallo, Posi. Willkommen in die wieder raus. Willkommen in die wieder raus. Was? Ja, ich hab... Nein! Oh Gott. Man muss in Burgertown rein, oder wie? Ich muss da drin landen. Ey, die haben auch noch Fallen gebaut, die Frechtaxe da. Wie, das war's? Ja. Oh Gott. Ich bin nicht Letzter gewesen. Wer war Letzter von euch beiden? Gustav oder Fufu? Ich war Dritter. Wie, ach du bist schon auch fertig? Ja. Ich war... Ich hab einen geholt. Wo muss man denn landen? Hier drin, oder was? Ja. Einfach da drin. Digga, ich schaff das nicht! Das ist nicht möglich! Waaahn! Ah! Im Ernst? Wie schafft man das? I don't get it. Ich bin direkt reingeflogen. Keine Ahnung. Ich... Ich... Liege immer... Ich weiß nicht, wo... Welches Stück ich hinspringen darf. Oh! Waaah! 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 Nee! Hey! Hey, ich war nicht Letzter. Ich hab auch gut. Ich bin Zweiter gewonnen. Ich bin so abgeschlagen Letzter gewesen, da. Ey, ich sag später, ey. Digga. Ja, was mich halt ein bisschen irritiert hat, war, dass ich nicht sofort verstanden habe, was ich bei euch machen soll. Weil ihr wart, ähm, also von, von diesem letzten Bounce Pad bis zu, bis hier hab ich halt, hab ich nicht gesehen einfach. Deswegen muss ich erst stehen bleiben und auf dich warten, Fufu. Hey, ich hab aber aufge... Oh, oh! Dann hat man's eigentlich fast gesehen. Nein! Nicht so ne... Go away! Wir haben's perfekt noch geschafft, Jungs. Ja, herzlichen Glückwunsch für den Sieg auf jeden Fall. Ein GG. Ein GG, genau. Würde ich auch sagen. Ich freu mich noch, dass ich ihn noch so gut aufgeholt habe. Ja, das hast du, Mann. Aber leider sind wir trotzdem Zweiter von zwei geworden. Aber du hast deine Bounce Pad so gut benutzt. Ich? Gustav. Das hat schon echt Spaß gemacht, oder? Das von Maxi fand ich auch richtig geil, weil's so schwer einfach war. Das mit dem... Ich bin nämlich nicht hoch genug gesprungen, als mein Impulskanate hochgegangen ist. Und dann haben wir es zu zweit mit meiner geschafft. Bei der letzten Impulskanate, die wir hatten, haben wir das ganz knapp geschafft, ey. Boah. Richtig geil, Jungs. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Das hat mir viel Spaß gemacht. Krass, dass sowas immer eine Stunde dauert. Das ist voll verrückt eigentlich. Aber trotzdem geht das voll schnell vorbei. Deren Kanäle sind natürlich unten verlinkt, falls ihr da vorbeischauen wollt. Wir haben auch zusammen nochmal bei Fufu gerade was aufgenommen. Vielleicht nehmen wir mit den anderen noch was auf. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie sie Lust haben. Yeah, yeah. Weiß ich nicht. Aber die sind auf jeden Fall alle unten verlinkt. Und ich hau mich raus, weil ich nicht mehr möchte. Fertig. Ciao. Bye, bye. Bye. Boah. Alter, bist du gerade gestorben? Hab'n ja auf HA72 geschrieben, oder? Ah. 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 Tschüss!